Hey Leute, was geht? Karin hier bei Premiere Apps und Games und es geht weiter mit Angelos Skate Away. Ich habe letztens endlich mal ein Level geschafft. Und ich möchte natürlich weitermachen. Wir müssen drei Münzen sammeln, aber beim letzten Mal habe ich es nicht hinbekommen. So, wir sind hier in diesem Kellerabteil, sage ich mal. Ist das der Keller? Diejenigen von euch, die Angelos schauen, und es gibt wahrscheinlich einige, die Angelos schauen, werden das hier wahrscheinlich schon kennen. Also wo wir uns hier gerade befinden. Vielleicht ist das irgendwas aus der Serie? Ich muss ehrlich geschehen, ich kenne die Serie nicht. Aber das Spiel ist mega cool. Okay. So, so weit oben waren wir noch gar nicht bisher. Nein! Oh Mann! So, versuche ich schon mal weiter. Bleib mal wieder oben. Nein! 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 Angelos, Mann! Ja, ich bin schuld. Ich weiß. Wir sollten vielleicht oben bleiben. Also wir sollten versuchen, oben zu bleiben. Da ist das Risiko einfach nicht so hoch, habe ich das Gefühl. Aber das ist gar nicht so einfach. Nein! 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 Ja, das kann man doch nicht wissen, ey. Immer diese Treppe, die hat mich beim letzten Mal auch schon mega aufgeregt, Leute. Jedes Mal auch so, ey. Unfassbar. Kickflips hier und Pop Shovel. Ich kenne die Skateboardtricks leider nicht. Nina kennt sich da auf jeden Fall besser aus. So, wir springen nochmal. Zack. Boah, das war richtig knapp. Habt ihr das gesehen eben? Wo sind denn die Müssen? Das verstehe ich nicht. Na, da war jetzt eine. Da ist die zweite. Da ist die dritte. Sehr gut. Wir haben ein Ziel. Yes! Endlich. Angelo und Khan, würde ich sagen. Also Angelo und ich. Ein super Team. Ja, mittlerweile schon. So, wir sind jetzt bei... 27. So. Aber sind wir in der Schule? Ist das richtig? Hol dir 10 Münzen. So, die werden wahrscheinlich auch wieder... Am Ende zu finden sein, bis sie da wird. Oder vielleicht halt verteilt diesmal. Boah. Ja, die sind diesmal verteilt. Boah. Nein! Das ist echt schwierig jetzt. No. Nein! Das ist echt schwierig. Das ist ja. Nichts. Das ist ja. Eins. Finofy. Nein! Das Level ist echt schwierig Dabei sind wir schon bei leicht Aber ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat Wahrscheinlich geht es nur darum, wie viel Münzen man dann einsammeln muss Nein, 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 nein Ey, Angel, eben waren wir noch so ein gutes Team Und jetzt? Lass ich dich im Stich Im Stich, ja Na gut Nein Mann Ich habe sieben Stück, ich hoffe das reicht Ich weiß es einfach nicht Nein Jetzt bin ich durchs Level gekommen, aber ich habe viel zu wenig Münzen gesammelt Ich habe zwei verpasst Was ich dann nachher gleich aufhören können Oh nein, war ich zu weit? Ja, das wusste ich jetzt aber nicht Wenn ich auch nur so gut Skateboard fahren könnte Nein Nein Habe ich das Ding verpasst? Ich weiß es nicht Ich weiß nicht, ob ich die Münze verpasst habe Bin mir nicht sicher War klar, war klar, war klar, dass ich das überspringe Mann, ich könnte hier ausflippen Ich könnte hier ausflippen Angelo Los, jetzt schaffen wir das Ich bin mir sicher, wir schaffen das jetzt Ja, nee, ist klar Ja, nee, ist klar Dass ich da Oh, noch ein Leben, Leute Noch ein Leben Ja, wir machen das so, dass wir in jedem Video In 10 Video Äh, 10 Leben hier Verballern Ich bin so schlecht Ich bin sowas von schlecht, Leute Das habt ihr nicht verdient Also, beim nächsten Mal geht es auf jeden Fall weiter, Leute Das kriegen wir auf jeden Fall hin Definitiv Und trotzdem hoffe ich, dass ihr Spaß hattet Ein Level haben wir auf jeden Fall geschafft Also ich finde, wir sind schon ein gutes Team mit Angelo Und beim nächsten Mal werden wir das auf jeden Fall noch mehr knacken Leute, wenn es euch gefällt, gerne Daumen nach oben, wenn es euch gefällt Daumen nach unten, Leute, gar keine Probleme Das ist ein Abo da Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal Euer Karl Und mal auf die Glocke drücken Ciao